Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Limi und da hinten sehen wir mein tolles Schiff, das ich mittlerweile fertig gebaut habe. Wenn man genau hinschaut, sieht man da Kanonen. Ja, ich habe es eigentlich soweit fertig gebaut. Da vorne ist noch so ein kleiner Raum, da muss ich mich noch einverlassen, was ich da nicht einmachen kann. Vielleicht so ein geheimes Versteck. Wer weiß. Aber darum kommen wir uns nicht zu, sondern ich habe ein neues Projekt angefangen, nachdem ich mich damit abgeschlossen habe. Ich habe das total neues angefangen, da habe ich dieses Wochenende sehr viel Zeit, da habe ich mal was richtig versucht, was richtig Geiles aufzuziehen. Also man kennt das ja hier, man sieht schon meine Hungerleiste, ich habe sehr viel Hunger. Ich muss immer sehr viel hungern, ich bin hier wirklich abend dran. Ich hungere die ganze Zeit hier und da habe ich mir gedacht, du musst es ändern, musst es dringend ändern und jetzt drehe ich mich um. Boah, da ist eine Riesenmühle. Die habe ich glaube ich als erstes gebaut, eine riesen fette Mühle, einfach weil es richtig geil aussieht. Heißt ein bisschen so einer alten, also hier niederländischen oder holländischen Mühlen, so wollte ich das in der Art haben. Gefällt mir auch richtig gut. Dann baue ich hier gerade so ein kleines Haus noch daneben. Dann habe ich halt hier ein riesen Weizenfeld. In der Mühle drinnen selbst habe ich mir sogar ein kleines Lager aufgebaut. Und zwar, ich habe in den ganzen Weizen, die ich bisher produziert habe, alle Weizenblöcke eingebaut. Das heißt, das Lager mache ich hier voll. Und jeder Block entspricht hier neun Weizendinger. Das heißt, jeder einzelne Block besteht hier aus drei Broten. Das heißt, ich habe hier ein riesiges Nahrungslager. Ein riesiges Nahrungslager. Das könnte ich dann vielleicht später auch mal zu anderen Spielern verkaufen, ein so ein Zeug. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall ausgesorgt. Halt so ein Lager halt. Aber ich produziere natürlich auch andere Dinge. Hier sind Kürbisäure, die pflanze ich nicht an. Die stehen einfach noch rum, als Deko quasi. Dann baue ich hier Kartoffeln noch an. Karotten. Und Zuckerrohr. Und dann habe ich natürlich auch Haufen Schafe. Wieso bist du hier draußen? Nein, du darfst nicht. Ach, ich möchte das nicht kaputt machen. Deswegen, dass ich das Ding noch rumsehe. Haufen Hühner. Die klitschen, glaube ich, manchmal raus. Oder die kommen hier irgendwie her, laufen von ganz weit weg. Eins von beiden. Aber es kann auch manchmal sein, dass ich einfach rausklitschen. Warum auch immer. So, hier sind die Sounds ein bisschen merkwürdig. Die FPS-Zahlen auch gerade sehr gering. Dann haben wir hier meine Schweinen. Die sind nun nicht so viele. Warte mal, die kann ich eigentlich mal wieder vermehren. Die Schweine, also Schweine zu zweit zu finden, war bisher die schwerste Aufgabe. Das war wirklich anstrengend teilweise. Aber die wachsen auch mittlerweile. Oh, schwarz, eine riesige Schweinefamilie. So. Ich habe schon jetzt, ich habe schon nur 16 Eier. Badabada-badabada-badabada-badabada-badabada-badabada-badabada. Boom, 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 boom. Sind hier ein paar Hühner. Und dann halt schon meine riesigen Dings an Dings. Die muss ich mal wieder töten. Ich habe dafür auch ein Fleisch herbei. Und zwar ein mit Verbrennung verzaubertes Schwert. Da kann ich das recht gut machen. auf jeden fall dass wir also angelegt das heißt nahrungstechnisch habe ich solche ach so ihr habt melonen angepflanzt melonen war auch scheiße das war mal wieder richtig genius was ich gerade gemacht habe so richtig intelligent hoch 10 naja kann ich auch gleich mal mein haus zeigen was ich momentan anbauen bin wie gesagt gerade noch in der bauphase einrichtungsphase dann habe ich auch die ganze gearbeitet also was hier schon fertig ist die küche und ist auch nicht so besonders so weit habe ich hier sieht schon wie viel zu ihr euch schon gut habe auch in erde auf holz auf und sonst was ich habe auch haufen kisten die muss also sortieren ich habe noch etwas einfallen lassen zwar ich will so ein automatisches kistensystem hier unten die kette die baut habe reinpacken dabei ist ein automatisches system das heißt da wie die kiste tut bei einem solchen das wird dann automatisch in 10.000 verschiedene kisten sortiert und dass man es quasi alles übersichtlichen ordentlich hat ich denke mal das würde gut geil und das wird auf jeden fall passen hier ist ein kleiner besucher also ich habe wie gesagt schon eine menge gebaut und wisst ihr was ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet war nichts eigentlich angefangen habe aufzunehmen obwohl doch ich sehe es so ungefähr ungefähr vier minuten sein krass ganz ruhig hier ganz ruhig ganz ruhig ich lege mir jetzt erstmal schlafen das vielleicht ist mal das glückste meinen kleinen lager versteck hier in meiner meiner mühle man sieht schon da sind berge an weizen sieht zwar jetzt nicht so viel aus eigentlich aber das sind mehrere dutzend stecks weizen also ich das glaube ich glaube wenn ich das alles abbauen würde und in weizen verwandeln würde wäre mein inventar voll so könnte man es irgendwie ausdrücken weil hier ist wirklich die ganze fläche hier überall ganze berge quasi schon geil aber ich habe also ich hätte mir jetzt längst schon ein dutzend brote machen können da habe ich mal erst mal hier so ein lager halten danach kann ich immer produzieren weil ich würde sie so schnell nach hier ist schon wieder fast alles nachgewachsen das heißt ich muss bald schon wieder ernten gehen meine tieren muss ich bald wieder fleisch schneiden ja jetzt was ich für die folge machen können ich wusste nicht was ich durch die folge machen würde ich hätte das natürlich auch alles aufnehmen können wie alles mögliche mal die so viel vor produziert dass ich das niemals hochladen hier gekriegt hätte alles na doch ich jetzt schon alles hochladen gekriegt und so eine ewigkeiten die keine folgen mehr aufnehmen können das sind natürlich auch doof ich habe extrem viel terra vor mir machen müssen weil erstens man sieht ja hier ist eine richtig gerade fläche und nein die fläche war nicht gerade hier war erstens ein riesiger wald vorher gewesen zudem war ja alles hügel landschaft also es war alles total durchwachsen das heißt alles terraformt alle diese ganzen stufen da muss ich alles selber machen hier in den boden hier war eigentlich überall alle sand gewesen das war eine unendlich lange aber das hat auch so ewig gedauert aber es hat alles geklappt jetzt habe ich eigentlich was richtig geiles hier geschafft noch also ein wenig fertig wie noch einen zaun drum ziehen das haus da drüben wie noch fertig bauen obwohl es mir jetzt schon relativ gut gefällt ein stil war auch nicht schwer bisher das ist das ist noch so ein standard haus die ich normalerweise nicht so gerne baue aber hier passt einfach so gut hin und ich muss auch sagen also mit das texte ich habe finde ich einfach mal richtig geil es sieht wenig fps es sieht gut aus und also mir gefällt es einfach richtig geil schaut euch das mal an mit dem texte pack am besten gefällt mir und das schiff mit dem texte bitte kommen wir gehen mal zeigen was ich da gemacht habe ich habe schon wieder ich lebe so verschwenderisch kann ja mal nicht wahr sind ja das heißt ja wird auf ein wenig auf jeden fall was die bauten schaut euch mal schiffern ich finde das sieht mit dem texte pack so genial aus vor allem auf die kanonen volle breitseite die segel habe ich hier so ein ding hier hat die kanonen die gebaut habe hätten sie doch das ding ist die für erst noch mal hört die rennen dort distanz auch mal höher schalten aber das würde ich jetzt nicht unbedingt ich finde einfach mit dem texte pack sieht das so richtig geil aus hier das deck könnte ich vielleicht noch ein bisschen umbauen aber ich finde einfach so ein freies deck das hat schon ein bisschen mehr stil kann man auch schiff in seite aber ich glaube das schiff von innen kennen wir ja schon so weit aber ich kann es ja trotzdem noch mal durchgehen weil kommen mit dem texte pack sieht das richtig geil aus sieht einfach richtig einmal deluxe aus mit dem texte pack spielen wir wieder so bitch bitch meine schubbox hier auch so ein bisschen denn hier hatte schlaf gemacht das sieht in default sieht das total langweilig aus aber so viel ist eigentlich richtig geil das richtig schön hier in amos sind meine rüstung ich glaube das ist ja die halb kaputt aber trotzdem recht gute rüstung ich habe einiges an zeug ich habe mittlerweile auch schon wo sind sie eine 31 diamanten eisen ist auch schon weniger geworden weil ich wirklich viel verbraucht haben letzter zeit dann habe ich hier so eine das mal fabrikale absteig gebaut hier sind die ganzen öfen so ein holzschiff dann öfen drin macht natürlich keinen sinn aber egal das schiff ist halt ein dampfschiff und sieht das aus wie ein normales schiff trick halt dann habe ich halt hier noch so einen freien raum wo ich überlege dann vielleicht da hier ist ein ofen frage mich nicht wieso hier so quasi so einen kleinen geheimen geheimen versteck also was hinzubauen wie verfeld ich auch hier richtig geil vor allem in texte weg ohne texte ist das alles total langweilig aus eigentlich aber mit dem texte ist einfach nur genial aus vor allem diese dinge die so als riemen interpretiere das ist quasi so diese vom schiff so die riemen riemen das heißt riemen ich weiß nicht wie man es genau nennt aber ja vielleicht wissen was ich meine vielleicht ist auch so ein geheimnis kleines versteck kann auch noch irgendwas geiles reinbauen dann lasse ich mir auch noch freiraum auf jeden fall das habe ich bisher alles gebaut und man muss immer beachten das ist alles wann das heißt es wirklich eine unendliche arbeitskraft die hier reingesteckt habe ich habe schon richtig viel baut muss man sagen ich bin auch gerade das ist die jukebox gut ich bin auch gerade allein auf dem server und so recht später so ja ja das könnte man jetzt noch eine folge machen ich will einfach schon sage ich die folge jetzt gleich beende wurde jetzt in zehn minuten bisschen kurz zu kurz finde aber ich wüsste nicht was ich jetzt noch machen wollte ich würde höchstens haus weiter bauen das wäre aber langweilig jetzt so eine folge zu machen ich spreche aber mal ein bisschen rum und zeig euch mal ein bisschen stadt ja genau ich mache jetzt mal ein stadtrund gerne machen wir machen mal das gleich das heißt jetzt stadtrund gerne lehmi herzlich willkommen in die me live in live mein kopf hier geht's damit ja schon so hier steht auch noch ein bisschen was dran zeit und kann irgendwo worden werden eingetragen organisationen blackboard infos ok monster farm für jeden die habe ich schon probiert die scheint nicht funktionieren so richtig halt das gefühl so dann hast du hier noch da gibt es so wichtigen infos immer in die richtung hat man so komisches pilzhaus das finde ich auch total cool wir sind ja nicht wegen gehörten das eigentlich steht kein name drauf von innen sieht es nicht so tolles aber von außen hat sich das richtig geil aus so mir sieht aus wie so ein pilzhaus ich weiß nicht so ein pilz darsteller so was sieht auf jeden Fall aus wie ein pilzhaus ein pilziges haus so haben wir hier so eine komische acht oder ein a oder was es ist vielleicht arena denn sieht aus wie eine arena na ja vielleicht so ist man nicht könnte sein arena glaube ich schon so aus einer art na ja mal schauen so dann haben wir hier ein wirklich wunderschönes holzhaus die nichts drin ist außer ein pferd ja krass ruhig doch so ist es gar nicht jetzt hier weiter noch weiter ja ja genau hier wohnt noch jemand genau hier ist nämlich noch so kleine versteckte geheime insel von jemanden der sich sehr weit abseits gestellt den kisten rum hier ist ein whirlpool ist das schön hier sieht auch nicht schlecht aus wie so ein kleines versteckte so auch sehr abseits gebaut was ist das eigentlich für ein stein hier das ist doch bestimmt gemeißelte hier quarts da hat hier auch gleich so eine absperrwand von links sehr krass hat hier auch so ein spezialzimmer aha aha krass 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 finde ich finde ich toll finde ich toll ja ich hatte auch ein eigenes feld auch nicht so groß wie meins obwohl es auch schon so als ich gleich groß ist ja 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 ich weiß gar nicht wo unten hier hier wohnt leopards 2000 ach da habe ich bestimmt schon mal man die sehen er war und mein kopf 2000 aber ich will es nicht wer das war bitteschön meins 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 nicht raus krass ok die türen sind nicht gesehen das heißt ich kann hier mal einbrechen ein anboss ok ich weiß nicht richtig was das hier darstellen soll hier sind auf jeden fall geile teppiche das ist ein fernseher und hier ist ein geiles sofa gefällt mir schon mal das hat was sowas ist das hier eine ziemlich stabile treppe ok krass das wird bestimmt hier so eine art bad sein sieht so aus waschbecken hier vielleicht eine dusche obwohl die scheinbar hier die dusche ich sehe ich gar nicht sowas in der art bestimmt also der hatte sich auf jeden Fall viele gedenten gemacht weil der ist auf jeden fall nicht ganz fertig das hier ist ja bestimmt sandstein ja das ist sandstein das ist sandstein das heißt das vom detektor weg geht um nicht hin zu sehen was was ist hier ist eine endertruhe krass ich habe selbst keine endertruhe aber wir können mir ja auch mal welche machen der hat auch einen tränke stand das ist ja cool also das brauche ich auch noch ja so ein zimmer brauche ich auch noch das hier sollte bestimmt ein bett werden das wette ich der hat bestimmt hier nur Wolli gehabt das kann ich vielleicht was verkaufen wer weiß wer weiß ich habe ja eine riesige Wollproduktion so jetzt wir haben mal sneaky boah yeah so hier rüber ok ok da kann man aufschnitt um hier reingehen aber ich weiß jetzt gerade nicht wie scheint auch so noch ungeplanter raum zu sein vielleicht kann man da auch mal rein mal schauen so der hat sich auf jeden fall müde hier im Jahr das sieht auf jeden fall schnieke schnieke aus so hier ist auch noch ein Essenstisch dann hier noch ein Sofa der nach draußen zeigt ok hier die Soil das sieht auch irgendwie geil aus mit dem Texture Pack also das Texture Pack ist wie gesagt das finde ich richtig geil das hat einfach nur Stil so wie kommt man jetzt hinten hin boah laggi 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 vielleicht schalte ich meine Render Distanz ein bisschen runter ja dann müsste es eigentlich auch glaube ich flüssiger laufen ja ein bisschen flüssiger 30 fps das ist eine Aufnahme das ist schon ein bisschen komisch aber na gut das muss man nicht beschweren ne ich hole mir scheinbar noch nicht rein das sieht aus als wäre da noch ein Pferde drin also der hat sich auf jeden fall eine Villa hier hingesetzt boah ein riesen Riesenklotze ok krass also der hat sich auf jeden fall hier eine schöne Villa hingebaut auch ziemlich abseits von der Stadt muss man sagen der sieht ziemlich abgetrennt der hat auf jeden fall viel bestimmt auch viel Zeit hier investiert viel Mühe geben dafür sieht es ja nicht mal so schlecht aus so hier gehen wir mal weiter boah die Tour zieht sich natürlich auch hier hinten schon so ähm ich glaube hier hinten war jemand hinten war eigentlich doch jemand ja hier ist noch was okay das kenne ich jetzt nicht das kenne ich jetzt nicht das kenne ich weiß nicht was das ist ein Turm oder sowas ist auch nicht fertig ist auch kein Namen dran ok krass 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 ja genau hier ist der wie hieß er und bei Marco oder sowas ich hätte mir auch schon mal seinen Turm hier gezeigt das ist richtig geil was irgendwie das hat sowas ich weiß nicht nach oben sieht das aus ich könnte genau was sagen wenn da oben noch so eine kleine Kuppel drüber wäre aber ne nach oben was anderes sieht das aus kann man hier reingehen tatsächlich ok hier ist eine Piratenflagge dran krass ähm ähm Kweb Rohstoffe Holz Stein Essen Farm ok der hat auf jeden Fall das alles sortiert sieht von innen auch richtig geil aus irgendwie die da auch groß jetzt mit einem texture pack ja ich glaube was texture pack gerade in höchsten Tönen einfach weil ich so geil finde ok aber machen wir mal was was wir anschauen das ist richtig geil das ist meine eigene rohre in das ist uns einstellen dann kann man bestimmt übelst geiles solche sehen wir machen das bestimmt mal wir machen das bestimmt dann eigentlich macht es sogar das könnte sein dass es ein bisschen laggy ist ja man sieht ein bisschen was vielleicht können wir noch ein bisschen höher gehen ich muss jetzt vorsichtig laufen weil es kann sein dass es jetzt ziemlich lame wird ja es generiert langsam nach hinten weg vielleicht also hier oben ist es geil hier oben so zu schlafen das ist bestimmt geil ich muss mich jetzt mal hier reinlegen das muss jetzt mal sein da steht doch der Name und und bei Mark genau und bei Mark wohnt hier hier oben das ist das geil das ist geil das ist so eine Kuppel geiler Raum ich kann wirklich weit gucken dann müssen wir die Winner Sistens noch weiter schalten machen wir mal so auf extrem erhält das mein Minecraft durch das ist die Frage ich frage es auch ob es über die Chance überhaupt so weit lehnt das wird bestimmt zehn Jahre dauern wird das vielleicht doch nochmal eine längere Folge wer weiß jetzt kann ich natürlich nicht schlagen und Chance zu erhöhen wir finden jetzt noch was ist das ein Boot krass ho das sieht auch gut aus wie geiler Turm ist das da hängt irgendwas dran krass das sieht man auf jeden Fall gut ich merke schon weiter rennt das langsam nicht mehr was ist das da hinten das ist ach so da ist vor der Grenze in unserer Nähe gut ich schalte mal die Winner Distance wieder leicht runter weil sonst kann sein dass es äh sonst extrem leckt oh so mit der Winner Distance sehe ich wieder gar nichts mehr aber egal gehen wir mal wieder zurück ähm ja gehen wir einfach mal raus ich glaube eine ganze Stadttour wäre man mittlerweile gar nicht mehr schaffen weil wir haben uns in den beiden Gebäuden hier sehr lange aufgehalten und es hilft eigentlich noch so viel zu sehen auch in der andere Richtung ich bin jetzt nur eine Richtung gern ich glaube in der nächsten Folge werde ich dann vielleicht noch äh ich will vielleicht noch eine Limitour jetzt gehen wir erstmal zurück zum Spawn und würde ich sagen beende ich jetzt auch langsam die Folge wir haben eine Menge interessante Sachen gesehen vor allem der Turm der ziemlich geil ist wo man die Kuppel irgendwie von hier ist nicht so richtig sieht jetzt habe ich die Chance ziemlich niedrig weil sie doch komisch aus aber richtig geil irgendwie ich will eben auch irgendwo hier so ein Turm aber so ein Turm muss man eigentlich direkt in der Mitte Stadt machen und dann so einen Überblick haben oder man baut sich irgendwie so eine so eine Glas Sonne hier irgendwie drüber das wäre es einfach mal aber na gut das alles so Ideen ähm ja ich würde einfach sagen wir machen jetzt hier in der Mitte am Spawn jetzt einfach mal einen Cut sagen tschau für diese Folge für diese Folge und in der nächsten Folge das wird jetzt bestimmt nicht mit in dieser Aufnahme noch mit uns das wird in der nächsten Aufnahme sein werden wir uns mal auch in den anderen Stadtteilen also ich glaube da waren wir noch ein bisschen was sie boah die Richtung war noch ein bisschen was sie wir noch nicht uns angeschaut haben ich mach mal einen kurzen Blick in die Richtung ok der Sumer hat schon mit dem Abriss begonnen ja tatsächlich der Sumer der hat es hier schon gebaut der reißt momentan sein Haus ab ist auch schon wesentlich kleiner geworden obwohl ich sein Haus eigentlich richtig cool fand ich finde es ein bisschen traurig dass er das abreißt ja vielleicht hat es in der vorigen Folge schon gesehen aber scheiße schade hätte ich gerne auch hier Zeit das Haus war nämlich richtig geil aus na gut dann war es das auf jeden Fall für diese Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Limi tschau